Hallo! Hallo meine Schönen! Schön, dass ihr wieder da seid! Herzlich Willkommen zurück! Und für alle Neuen, die meinen Kanal gefunden haben, wünsche ich Ihnen natürlich auch ein herzlich Willkommen. Ich bin die Tanja, das ist mein Kanal, das Colorful wird. So wie das da hinten steht, ihr geht es meistens drunter und drüber. So meine Lieben, heute kommen wir zu Pinkbox. Wir haben eine Pinkboxes da. Juhu! Ich sag mal, wir folgen einfach mal an und schauen gemeinsam rein. Genau! So meine Lieben, meine Pinkbox ist angekommen. Endlich angekommen. Eher wie die Glossybox. Die ist nämlich immer noch nicht da. Die Pinkbox ist eine Abo-Box. Die könnt ihr monatlich, drei Monate, sechs Monate jährlich. Könnt ihr euch die im Abo nehmen. 14,95€ für einen Monat. Dann drei Monate war 44 bei Quetschen. Ich werde euch aber alle Informationen unten in die Infobox packen. Ihr könnt auch gerne dann direkt auf die Seite gehen und euch die verschiedene Varianten angucken, was die dann kosten. Mehr ist aber bei 149,00€. So im Dreh, kann ich euch schon mal sagen. So ungefähr 140,00€ mal 149,00€. Ich sag mal, wir fangen jetzt einfach an. Ich höre jetzt echt auf zu schnacken. So, die Pinkbox ist noch zu. Ich muss sagen, es ist schwer. Es ist wirklich schwer. Ich habe noch nicht reingeschaut, wie ihr hören könnt. Okay, diesen Monat haben wir eine geseignte Box auf jeden Fall. Aprici steht drauf. Ja, oh, und schwer. Ups. Flyer, Flyer. Auf jeden Fall, das ist schon mal die Box. Aprici. Wir haben ja noch ein Zusatzprodukt drin. Oh, das ist ein schönes Zusatzprodukt. Oh, ja. So, auf jeden Fall werde ich jetzt erstmal den Karton hier runterpacken. So, Flyer haben wir wieder für diese Hunde-Essen. Denn dieses... Ja, das weiß ich noch nicht. Da wollten wir ja nochmal nachgucken. Diese neue Box-Variante, For Your Soul. Diese Geschichte hier. Da kann man... Drei verschiedene Varianten gibt es, glaube ich. Ja, drei verschiedene Boxen, genau. Lämsmittel-Boxen. Und dann wieder ein HelloFresh-Gutschein. So, hatten wir schon lange nicht mehr, glaube ich, drin. HelloFresh-Gutschein. Auf jeden Fall ein Zusatzprodukt, was nebengelegen hat, nämlich in der Box war. Von Schwarzkopf, Flisskur, Hair Repair. Versiegelung 2 in 1 Kur. Oh, das ist so gut, ne? Mit Ion-Komplex plus Traubenkernöl. Für Spliss geschädigtes Haar. So ein schönes Pöttchen. Darauf freue ich mich riesig. Aber ich habe noch genug stehen. Ja. Aber egal. Ich rieche jetzt da dran. Das riecht bestimmt toll. Glisskur ist gut. Oh, ja. Ah. Das riecht wirklich gut. Ich glaube, ich hole euch mal ein bisschen runter. Ich glaube, ich bin zu niedrig, ne? Das ist, glaube ich, besser. Ja. Oh, lecker. Lecker, lecker, lecker. So. Apres-Ski steht hier drauf. Auf jeden Fall haben wir hier so eine Skipiste, ne? So eine Skihütte, Almhütte. Mit einem Skilift. Ne? Ja. Schön ist es ja, ne? Es ist eine Designed Box. Aber ehrlich gesagt, ähm, ich war noch nie im Skiurlaub. Weil es ist wirklich teuer. Skiurlaub ist teuer. Skiurlaub kann teuer werden. Ja. Ja. So. Auf jeden Fall haben wir hier eine Schleife und einen Clevy, wo zwei, äh, Leuchtchen drauf sind. Eine Frau und ein Mann. Hier unten. Na? So. Finde das schwer. Ich bin gespannt, was drin ist. Ich habe noch nichts zu sehen. Ich weiß nicht, was drin ist. Nein. Okay. Okay. Ja. Wir haben hier noch ein Produkt drin von Glissburg. Ich meine, vor kurzem, vor nicht so aller, äh, aller langer Zeit. Hatten wir auch was von Glisskur drin. War das nicht auch in der Pinkbox? Ich weiß es nicht. Da hatten wir nämlich auch zwei Produkte von, äh, Glisskur. Äh, okay. Jetzt haben wir hier Anti-Spliss Wunder Express Repair Spülung. Auch mit Eronkomplex und Traumkernöl. Wirkt wie ein Reifverschluss fürs Haar und Spliss. Langanhalten versiegelt. Für Spliss geschädigtes Haar, das kann ich ja sehr gut gebrauchen. Wirklich sehr gut gebrauchen. Durch meine Färberei, ne? Umfärberei und hin und her und für und tot. Äh, auch für Pool-Size-Produkte. Und ich weiß, das wird nicht billig sein. So vier, fünf Euro wird das auch kosten. Genauso wie, ähm, die Haarkur, sozusagen. Ähm, ja. Sehr schön. Sehr toll, toll. Tolle Proste, ja. So, und dann haben wir noch ein Pool-Size-Produkt. Äh, okay. Ja. Okay, das Duschschaum. Duschschaum geht noch. Wir haben von, äh, Belou. Belou. Kriegen wir ja Duschschaum. Frosty Mint. Okay, Frosty Mint. Diesmal haben wir mal eine Pool-Size-Größe. Ja, Duschschaum geht noch. Also von, von den, ähm, Cremes bin ich nicht so überzeugt. Ich bin der Meinung, das fängt an zu muffeln an. Immer auf der Haut, ne? So muffig. Das riecht immer so muffig. Für mich riechen, äh, äh, die Produkte immer muffig. Ich bin gespannt, ich bin gespannt, äh, wie dieses Duschschaum ist. Genau. Wir gucken mal eben nach dem Preis. Und dann werde ich euch den Preis einblenden. Genau, ich werde euch den Preis einblenden. Okay, machen wir weiter. Und also die Box ist prall gefüllt. Ich bin begeistert. So, jetzt haben wir hier was mit Sonnenschutzfaktor. UVA und UVB. Wasserfest auf jeden Fall. Vsun Premium Sun Care. V. Sun. Äh. Don. Blush. Ich weiß es nicht, mein Englisch. Ähm, auf jeden Fall ist hier Sonnenschutzfaktor 30. Ja, auf allen Hütter, auf Fischihütter, äh, brauchen wir Sonnenschutzcreme auf jeden Fall. Oh, ja, die ist schon reichhaltig. Oh, die riecht. Ähm, die erinnern mich an Eingeruch. Oh, lecker. Die ist nicht so aufdringlich, aber riecht angenehm. Angenehm. Ich weiß nicht, wo ich denn... Okay. Äh, ja. Man riecht, dass das Sonnenschutzmittel schon ist, ne? So ein bisschen. Aber ein ganz bekannter Duft ist das für mich auf jeden Fall. Ich weiß noch nicht, wo ich denn hinstecken soll. Oh, mir fällt es nicht ein. Aber reichhaltig. Sehr schön. Genau. Wisst Du, wo ich diesen Geruch her habe? Vor mal, wo ich denn auf Solarium gegangen bin, hatte ich so eine, so eine Crema vom Solarium. Und die hat auch so gerochen. So ein Sonnen-Zeugs. Genau. Spanien. Spanien-Urlaub. Daher kenne ich den Geruch. Genau. Da gab es so ein Karottenspray. Ah, lecker. Oh, ich bin Urlaubsreif. Nein. Auf jeden Fall haben wir Premium Sonnenschutz für das Gesicht. Lichtschutzfaktor 30. Also, Schutz vor Sonnenbrand mit Vitamin E und von freien Radikalen auf jeden Fall. Sorgt für eine gleichmäßige Bräunung. Schnell einziehende Emulsion mit einem vanillig-blumigen Duft. Ah, lecker. Das ist super. Das werde ich mir gerne im Gesicht schmieren. Das ist lecker. Ja. Also, Sonnenschutz können wir auch hier bei uns jetzt in den Breitengraden auf jeden Fall benutzen. Sollte man auch im Winter benutzen. Auf jeden Fall Sonnenschutz. Egal was für eine Jahreszeit. Auf jeden Fall immer schön Sonnenschutz drauf machen. Ja. Was ich manchmal nicht mache. Und man sollte es aber wirklich tun. Genau. So. So, meine Lieben. Wir haben immer noch drei Produkte drin. Und vier haben wir schon rausgezogen aus dieser tollen Box. Also, 14,95. Leute. 14,95. Und wenn ihr dann noch im 3-Monats-Abo, im halben Jahr oder im Jax-Abo nehmt. Also, die Box lohnt sich. Die macht wirklich Spaß. Sie hat mal nicht Spaß gemacht. Aber, ich muss sagen, die Box macht mir riesen Spaß auszupacken. Weil da Full-Size-Produkte drin sind. Wir haben ja auch ein bisschen, mittlerweile kriegen wir auch hier ein bisschen High-End-Produkte drin. Sozusagen High-End-Produkte. Ich werde euch ja auch gleich zeigen warum. Also, super. Mittlerweile sind das nicht nur normale Drogerie-Produkte. Wir haben manchmal auch Produkte drin, die man eigentlich eher nicht in der Drogerie findet. Ja. Ja. So. Dann haben wir hier noch was für Lippen drin. Lippenpflegestift. Okay. Kann ich zwar langsam nicht mehr sehen, weil wir dieses Jahr wirklich viele, viele, viele äh, pflegelippen, äh, lastige Boxen hatten. Wir hatten viele Pflegestifte dieses Jahr in den Boxen. Sehr viel. Ich möchte nicht wissen, wie oft wir dieses Jahr, äh, Pflegeprodukte, also Lippen-Balm-Produkte in den Boxen hatten. Also, ich muss sagen, ich habe dieses Jahr, habe ich, äh, anderthalb, äh, Pflegestifte aufgebraucht. Ja, mehr habe ich dieses Jahr nicht aufgebraucht. So. Auf jeden Fall haben wir hier von Ojes, von Ojes, ähm, Bio auf jeden Fall. Loving Natur. Hallo, ich bin super fruchtig, äh, fruchts, super fruchts, mit Bio-Granat, äh, Bio-Granat-Apfel-Kernöl, Naturkosmetik, Lippenpflege, ohne Mikroplastik, ohne Mineralöle und ohne Tierversuche auf jeden Fall. Aus recycelten Plastik und Papier. Ne? Ja. Ja, ist okay. Bin jemand, es gibt auch Menschen, die wirklich, äh, ganz viel, ähm, Pflegelippenprodukte benutzen. Ich hatte auch eine, eine Zeit lang, war ich schon richtig süchtig nach Pflegeprodukten. Habe ich wirklich, alle paar Minuten habe ich mir, ähm, Pflegestift drauf gemacht, dass mir schon gesagt worden ist, äh, hallo, ich dachte, Tonja, du hast gerade deine Lippen gemacht, und wie oft willst du deine Lippen noch pflegen am Tag? Da war ich wirklich nur ständig am Schmieren, da war ich schon, war ich schon richtig süchtig nach. Da bin ich auch mit einem Pflegestift nicht ausgekommen. Da habe ich mindestens einmal die Woche einen neuen Pflegestift kaufen müssen, wenn nicht öfters. Ja, gab es auch mal eine Zeit, ne? Ja. So, wir haben immer noch zwei Produkte drin, und wir kommen gleich zu dem, äh, nicht Drogerieprodukt. Für mich, das habe ich noch nicht in Drogerie, äh, gesehen. Aber zuvor kommen wir noch zum anderen Produkt, was wir auch in der Drogerie bekommen, genau. Ähm, diese Sonnenschutzmittel, ne, das ist ja was für mich. Das ist mein Geruch. So, wenn denn einer abgeben möchte, immer her damit. Oh ja. So, jetzt haben wir hier was drin, ne? Oh! Junge, damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Hallo, was ist los? Was ist los? Haben die sich vertan? Hallo? Leute? Zwei Stück? Ich habe mit einem gerechnet. Hallo, wir haben eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht Produkte drin. Hallo? Da ist doch was falsch. Ich habe bestimmt ein zu viel, oder? Ich habe bestimmt ein zu viel. Da noch meine Farben. Vor allem ein Basiston, den wir immer, immer, immer brauchen. Finde ich gut. Wir haben hier von Red & Wild, Red & White, haben wir einen matten Eyeshadow drin. Nicht auf mein Gesicht. Hello. Einzelnen Eyeshadow. Und dann habe ich noch einen. Und der sieht so gut aus. Geil aus. Schaut mal. Ah. Ich habe zwei. Ich habe zwei. Warum habe ich zwei? Ich habe zwei. Ich habe zwei. Ich weiß nicht, ob das so sein muss. Ich muss mal gucken. Dein Goodie. Goodie? Ein Goodie ist das. Der Goodie kostet 1,90€. Ich denke mal. Ich muss mal eben gucken. Jede einzelne Farbe der hochpregimentierten Lidschatten zaubern ein effektvolles Finish für strahlende Augen. Die mit Vitamin E angereichte Textur lässt sich samtweich auftragen optimal verblenden und pflegt die Haut mit Feuchtigkeit für ein Make-up, das dich perfekt durch den Tag begleitet und auch am Abend einen wunderschonen Look zaubert. Eine Variante in der Box. Ja, eigentlich eine Variante in der Box. Aber ich habe Glück. Ich habe zwei. Ja, ich habe zwei. Einmal Mast und einmal Schimmelmann. Schön. Und auf jeden Fall konnte man verschiedene Töne haben. Ich bin begeistert. Vor allem diesen braucht man ziemlich oft. Und dieses Blau, das ist ja was für mich. Obwohl es gab auch andere Farben. 1,99€ auf jeden Fall eine. Ja, wir haben verschiedene Farben. Und ich habe zwei. Ich habe zwei. Ich weiß nicht, ob es woanders auch ist. Auf jeden Fall habe ich zwei. Schön. Und jetzt haben wir ein Produkt, was ich finde, das gehört, ist kein Dogerie-Produkt. Und wir haben das jetzt schon öfters drin gehabt. Zweite, dritte Mal, dritte Mal. Und genau, von Banana Beauty. Ist das nicht klasse? Da konnten wir jetzt auch zwei Töne haben. Wer heißt zwei Töne? Ein mit Ton und ein ohne. Das sind lipplos. 3 Milliliter. 1999. Ich denke mal, hier wird einer drin sein, ne? Ja, einer. Ich muss schon sagen. Keine zwei. Oh, ja. Ja, 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 ja. Ich habe den mit der Farbe. Aber ich glaube, ich habe mir vor kurzem so ein ähnlichen gekauft. Ich weiß nicht. Der war aber anders verpackt. Der war nicht so. Aber egal. Upsi. Aber egal. Ich liebe diese Farbe. Ich liebe diese Farbe. Vor allem, man hätte einen durchsichtigen haben können. Und dann den, ähm, diesen, ne? Durchsichtig, äh, durchsichtig und diesen. Ah, ich bin froh. Das ist schon ein schönes Produkt. 19,99 Euro kostet er auf jeden Fall. Ähm, und das ist für mich schon ein High-End-Produkt. Sozusagen. Für mich. Ist kein Drogerie-Produkt, ne? Ja. So, meine Lieben. Auf jeden Fall. Oh, die Sonnencreme, ne? Fürs Gesicht. Oh, lecker. Die riecht wirklich nach Urlaub. Und wie gesagt, wenn einer die abgeben möchte und nicht mag, immer her damit. Äh, ihr findet, äh, mein Postfach oder Instagram findet ihr bei mir unten in der Leiste, wie gesagt. Oder bei Instagram anschreiben. Ne, Tanja, schick mir mal deine Adresse. Ich schick dir dazu. Immer her damit. Ja. So. Auf jeden Fall bin ich begeistert. Ich bin begeistert. Eine tolle Box. Eine tolle Box. Auf jeden Fall werde ich euch den Gesamtreis, werde ich euch hier einblenden. Genau. So. Wahnsinn. Wahnsinn. Und ich hab zwei. Ich hab zwei schöne Schätzchen. Zwei schöne Schätzchen. Ja. Wie, ich bin gespannt. Ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr die Box auch bestellt habt. Erstmal, ah, wie ihr die findet, diesen Monat. Ich finde die spitzenmäßig. Ne, nicht, weil ich zwei Eyeshadows drin hatte. Behaupt, äh, auch wenn ich das nur ein Ring gehabt hätte, wäre ich überglücklich gewesen. Wir haben ein tolles Banana Beauty Produkt. Wir haben Eyeshadow drin. Wir hatten Lippenbalm. Okay, das kann ich zwar lange dann nicht mehr sehen, weil doch viel, viel, viel Lippenprodukte dieses Jahr drin hatten. Äh, Lippenpflegeprodukte. Dann diese ultra tolle, ultra tolle Sun-Gel, ne, was man sowieso immer benutzen sollte. Das riecht so mega toll, ne. Ihr könnt euch das nicht verstehen. Das riecht so mega toll. Ja. Ähm. Ähm. Duschpflege, äh, Duschzölschaum von Baloo. Ne. Komischerweise kosten die immer in welcher, egal in welcher Größe. Wir haben ja schon verschiedene Größen drin gehabt, ne. Auch bei der Glossy. Manchmal 3,95 Euro, 6,95 Euro und ich weiß, dieses ist hier gerade mit 3,95 Euro angegeben. Ähm. Ja. Ich glaube, die wissen manchmal selber nicht, was so eine Dose kostet. Wie gesagt, wir haben dann mal die kleineren Döschen drin gehabt, die halben, halb nur. Und die waren genauso teuer. Wollte ich mal eben so erwähnt haben. Dann die tollen Haarpflegeprodukte. Super. Super, super. Geht immer. Ja. Gut. Ich habe letztens noch gekauft, obwohl ich Shampoo hier habe. Das ist aber eine Sucht von mir. Eine Haarshampoo nehme ich immer mit. Das muss ich immer haben. Egal. So. Weil ich auch wirklich fast, wenn ich arbeiten gehe, im Moment bin ich ja ein Krankenschein. Leider. Ja. Aber ich gehe bald wieder arbeiten. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Ich habe ein richtig schlechtes Gewissen meinen Arbeitskollegen gegenüber. Ähm. Dass ich nicht da bin. Ähm. Ja. Richtig schlecht. Richtig schlechtes Gewissen. Und ich hoffe, dass die mir nicht böse sind, dass ich die sozusagen im Stich gelassen habe. Aber es ging nicht anders. Absolut nicht. Da musste was passieren. Und. Ja. Das wollte ich nur, weil das sind so meine Gedanken, wo ich im Moment so ein bisschen schlechtes Gewissen habe. Hm. Ja. Ja. So. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall war das eine super Box. Ich bin überglücklich, dass ich diese Box habe. Wirklich. Toll. Toll. Ja. Ihr könnt mir gerne in den Kommentaren schreiben, wie ihr die Box findet. Und ob ihr zwei Eyeshadows drin hattet, würde mich auch interessieren, ob ihr vielleicht doch zwei drin hattet. Äh. Hattet. Genau. So. Wie gesagt. Wenn euch das Video gefallen hat, mit Däumchen nach oben würde ich mich riesig überfreuen. Natürlich dürft ihr mich auch gerne abonnieren. Würde ich mich auch riesig überfreuen. Kostet für euch nichts. Ist für euch kostenlos. Ja. Und. Wie gesagt. Unter i findet ihr weitere Videos von mir. Und die Playliste sowieso. So, mein Lieben. Ich werde jetzt sagen, mal das Schlusswort. Denkt dran. Passt auf euch auf. Achtet auf euch. Achtet auf eure Mitmenschen. Wir sehen uns. Euer Tanja. Ciao. Tschüss. Ciao. Bye.